das hatte mich auch geschickt das war doch diese andere taur oder was du brauchst es kann sein läusehonigtau bräuchte ich einmal dann könnte ich glaube ich was erstellen was ich habe hier fliegen tacos was brauchst du läusehonigtau das habe ich doch nichts ich hätte ich hätte bären ich habe noch 118 sekunden dann sterbe ich nice vielleicht was hat die taste schon wieder er ja dann gehen wir darüber vielleicht hat es da drüben doch was ich wäre hier nur das zeug runter ich glaube ich habe den absprung verpasst nee oder das in der mitte muss so wie das erste da sind aber spinnen drin er war nicht mehr so viel ich laufe einfach hier ist glaube ich der ausgang wo muss ich das passwort schon wieder eingeben er zu mann hier habe ich durst spinne hebt keine zeit für diese scheiße wie ungültiges passwort trinkt was ich habe noch 100 sekunden habe nichts zu trinken ich will hier oben nicht sterben ist jetzt wirklich runter und mir aus irgendetwas tropfen wasser zu holen ich kann dich ja nicht hochziehen gestürzt ertrinken über die oder ich bin dort ist insta tot 60 sekunden aber hier unten hat es glaube ich einen weg ich bin jetzt mal nach unten gesprungen ich bin erstmal wieder bei der basis ich bin nix anderes über muss halt jetzt dreckiges wasser trinken oh du jetzt klettert auf den blöden ast hoch meine fresse jetzt verhurtet er nice chicky kiss hierbei bei dings hier vorne hat es auch noch pilze sonst ich hoffe jetzt einfach dass ich hier irgendwo wieder hoch kommen aber ich glaube schon hey bis später frosch die danke dass du da schlaf gut träum süß da war es schießt team made ihr seid ein team hauptsache gegen mich jetzt schläft sie schon fast ich weiß theoretisch müssen müsste ok so da wo ich bin kommt man auch hoch soll ich kurz hier warten da bist du da ist auch gar nicht so weit von meinem ja das ist mein mikrofon komm jetzt du klemmst dir irgendwann was ein an diesem teil das bleibt sie nicht zwei mikro kopf massager macht liebe lachen zu viel geld zu intensiv da ist die steinmauer noch also kannst du bei der steinmauer hat es ein loch warte lauf mal trotzdem in meine richtung ich lauf mal wieder zurück doch da an der steinmauer müsste es irgendwo ein tor haben du müsstest es eigentlich sehen jetzt liebe komme ich ja noch mal runter oder hast es gefunden hatte einfach mal zu mir ach da ach da da ich sehe tja henchie du streichelst dich gerade selbst und gehst voll ab okay kommt wir müssen jetzt hier in der spiel vorbei ja ich leck die spinne ab hatte gerade meinen rucksack weggeschmissen irgendwie oh gott hier oben rauf müssen wir hat der spinne vorbei gekommen schon nur noch auf dem baum dieses ja sie hat sich auch getroffen und hier kann man rein we are safe now soll ich dich töten und wiederbeleben vielleicht hast du dann was ist los du tiger ist hier wieder rum runter jetzt weiß ich was du machst aber hier kann man glaube ich bescheißen darüber kommen aber ich hab da drüben ist gar jeder war schon die neunsten von dem passwort geht dann fehlt noch eins oder so dann in die mitte runter springen da war ich schon ja da hat es auch ein code gehabt und dann hat er gesagt war falsch dann hat er als ich runter gegangen bin hat er gesagt war falsch ja aber ich werfe das hier auch noch runter keine ahnung wo ich es hinwerfen weiß ich wollte gerade sagen wo landet das hier unten halt einfach unten es landet alles unten da unten hat es noch eine spinne drinnen vielleicht auch mehrere eine zwei drei vier keine ausdauer mehr ich hab zwei drei bei mir eine tot zweite tot dritte tot und mir geht es noch gut also da ab sie hat die geht es ist das rohstoff suche die dinger sind aktiviert weil wir da oben da kannst du es ja richtig cool bringt du nix guck mal wie viel ich habe mit der hälfte beim trinken und du ich hälfte bin wieder voll der nächste dauer tropfen gehört dir etwa den du vorher gesehen aber hier ist war man halt auch schon ich weiß es nicht aber den code habe ich vorhin schon ausprobiert einzugeben irgendwie nicht so irritiert also bei mir heißt es falsch sei mal kurz gibt es überhaupt irgendwie ich habe einfach nicht alles die andere richtung bist du von hier ist noch nicht offen ja ja zwar oben war ich auch schon aber hier drüben hat es noch ein weg da war ich noch nicht gerade aber ich weiß nicht wie hier ist auch noch eine seilrutsche im endeffekt bis weiter gucken hier geht es noch nach ganz oben da unten sind auf alle fälle spinnen wo ich bin mit der seilrutsche darunter da waren wir noch nicht jetzt noch eine batterie haben wir die schon angeschlossen jahren vielleicht nein klar eine traube die traube ist weg warte ich müsste erst mal gucken wie ich wieder da hinkomme ich bin drinne ich bin drinne oh gott wie hast du das da reingeschafft ich bin gesprungen also hochgesprungen an das seil ach so warte mal kurz warte mal wo warst du hochgesprungen an das seil ja ein stück zu restes papier das geht du musst mir nicht helfen aber warte mal du lag hier auf dem boden ich glaube ich dein body geklaut ja meine rüstung ist im arsch auch okay also das heißt hier wäre dann einfach der weg ich hoffe jetzt einfach mal das ist dass das letzte piece of shit war nach unten oder ne 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 oben ne oben ja ne hier hinten ressourcenanalyse haben wir doch was ja hier guck mal und dann habe ich auch noch was also einen energiepunkt hätte ich noch falls du irgendwas machen willst oder was ähm angucken kannst oder so zugriff gewährt finde den super chip jetzt hier hinten jetzt können wir wieder gehen das ist auch guck mal das ist der arsch der uns verkleinert hat wo denn oh der zieht voll süß aus das würde ich jetzt einfach mal sagen oh das ist dein Papa nein er hat alle Kinder in der Stadt geschmuckt das ist dein Papa geschlagen ja und jetzt gehen wir nach unten gehen wir nach Hause gehen wir nach Hause perfekt guck mal was ich noch so finde rum gehts hier oben gehts noch weiter so ein Dalm oh Gott du musst runter flimmst ne nur ein Stück ne ist aber auch nichts mehr so per se also wahrscheinlich wird hier noch sehr viel sein aber ich sehe es nicht trifft es vielleicht besser ich fliege mal nach Hause auf meinem Löwenzahn der nicht mehr so lange hält sieh ich grad kriegst du keinen Affenzahn auf deinen Löwenzahn die Gleiter war es schumpfend echt schnell du so das war ein Abenteuer ja auf zu Solpiten ja er bestimmt schon unsere zwei Tage gebaus ist mit allem hast du die Küche schon gebaut ich hab drei Kisten gebaut und bin gerade fertig geworden hast du hast du schon rausgefunden wie wir Wasser kriegen ja trinken es hat grad gepasst 100 pures Wissen du weißt jetzt wie es geht gut job level up so traurig so traurig oh Gott hier hat's Mücken und so explodierende Stinkergefer die sind nur explodierende Stinkergefer die sind nur explodierende Stinkergefer die stinken gar also ich hab ein komplettes Teil verbraucht ne oh shit man Mutti ist auch da rechts rum oh Gott hier kämpfen Mücken gegen diese Artillerie Käfer geil oh no nein jetzt muss ich den Loot noch holen gehen nein und ich bin mal wieder nicht zu Hause gespawnt hallo nein und weg ich will nicht mehr ich vor allem eine sehr ungünstige Stelle wo das Beuch liegt mhm das auch ich hab trotzdem das Gefühl dass das irgendwie die Hau ein bisschen zu feste drauf also steh mich nicht falsch aber der Schaden ist immens wenn man nicht blockt ja ich hab hier wieder so ein stinke Käfer ja Bedrohung entdeckt danke hätte ich jetzt nicht hier doch mhm ich hab's ja auch schon gesehen oh Gott hallo 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 Brigitte dahinten ist ja noch eine Brigitte mhm ja ich weiß oh gut wow wüssten wir in der Mücke hallo ab warum ist eigentlich jeder Zugang ja ja ah cool auf dieser Milchpackung sind wir ja drauf ja weil wir vermisst werden ach was oh nein oh Gott irgendwas hat mich abgeschossen ich habe es geschafft ich habe es noch nicht geschafft oh 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 ich bin gerettet so kann man sich nicht ganz wie ich mein Zeug kriegen soll aber ich bin einfach hingerannt oh Gott hier sind ja auch noch Milben und alles ich bin einfach hingerannt und habe ihm in die Fresse gehauen eh Spaß ich bin einfach nur hingerannt und habe es genommen und wieder weggerannt maskulin halt mich dem Kampf gestellt ich habe es gehört maskulin du warst also ich komme jetzt hier nach Hause und irgendwie irgendwie oh oh die kannst du die kannst du mit gut Abstand aufstellen sonst kommst du nicht ran ans zweite Watter ah man kann doch upgraden man muss einfach Panzerung und so herstellen interessant wird auch schön dass es scheinbar keinem Nachbarn auffällt dass dieser Baum lila brennt was welcher Baum brennt achso ja ist ja nur klein ich mein du kennst ne Vorstädte ja aber ach ja ich versteh dich der Müller hat wieder seinen Rasen nicht gemessen ich versteh dich ich versteh dich ich versteh dich aber es ist auch keinem aufgefallen dass auf diesem Seeteil ein Feuer brennt also schwierig schwierig ich reite jetzt den Marienkäfer ja los geht's ich glaube ich glaube wenn ich mich nicht täusche ich habe im Video gesehen dass man auf den irgendwie reiten kann oder dass man so so MG geschütze machen kann oder so naja naja es kommt alles noch kommt alles noch so entladen und Feierabend ne reicht mir jetzt ich schnauze voll immer kriege ich auf die Fresse hier hätten wir den Spinnenfangdolch aber ich brauche einfach nur irgendeinen Dolch was war denn der andere es gab noch ein Dolch oh die Insektenachs wäre die Stufe 2 also es gibt es gibt wie ich sehe Sachen wo man ähm Upgraden kann man Upgraden tun kann mhm das gibt es ja hoppala der kam tief der hat richtig weh getan pff ok gut dann ähm mach ich hier mal den Respawn Punkt setzen welchen ein viel genau wie denn glück ist ja mal Vielen Dank.